Und in dem Sinne erstmal herzlich willkommen zurück bei Tales from the Borderlands bei Episode 4, Fluchtplan Bravo. Ich bin mega gespannt. Oh nein! Guck mal, wer hier da ist? Es ist Scotty. Das ist doch Scotty, ne? Scotty is back. Cool. Sind da. Das hat sich endlich fallen in den Ort. Unsere Unbezügliche Hero haben das Unbezügliche, Top Secret Projekt der Domed Atlas Corporation. The Gortis Robot. Die Schöne für die Roboter-Komponenten macht den Traum des Bauches ein bisschen mehr als immer. Even though the former middle manager was still haunted by the demented ghost of Hyperion past. Unfortunately, any dream can quickly turn into a nightmare. And this nightmare's name was Valerie. Fortunately, Valerie's killing spree was interrupted when another dangerous adversary was suddenly revealed. As a powerful ally. I do not. Now, supported by a legendary gladiator, their search continued through the icy wastes of the Borderlands. To a forgotten garden of U. There, they found another piece of the Gorthy's robot. As well as the last surviving man on the gladiator's murder bucket list. The con artist said nothing as the gladiator prepared to take revenge. Lucky for him. It was that moment that Valerie chose to strike. Outgunned and outmaneuvered. The con artist and salaryman were forced to surrender. Now, they were working for Valerie. And their first job was likely to be their last. What is it with Athena? We need to take care of them too. We need to take care of them too. We need to take care of them too. For them we need to take care of them too. Oh, könnte das Felix sein? He wants a vault. Why else would he be collecting gorgeous pieces? He's just like every idiot on Pandora looking to strike it rich. Aren't you kind of, you know, vault hunting now? Are you calling me an idiot? I feel like we should do something. If we get to those hills, maybe we could lose it. I don't know. What's it gonna do, huh? Shoot us both? I seriously doubt that. Don't be stupid. He has a gun. So? He clearly needs us for something. If he wanted to shoot us, he already would've. I think all those shots to the head are taking their toll. That hasn't helped. I'm making a break for it. And you should too. Remember, zigzag when you run, okay? It makes you harder to hit. That sounds stupid. It's not stupid. It's genius. Alright. Go on the three. One. Two. Three. Go! That's a weird way to run. He's zigzagging. It apparently makes him harder to hit. Of course. What the hell was that? I don't know. Meteor shower. Get to the shelter. Oh, God. Oh, God. Oh, God. That was close. It was, wasn't it? What's that? This again. That's right. That's right. That's right. Come on! Shut up. Hey! Stop it! Please! Not so rough. Yes, ma'am. There, there, little one. No need to be upset. I'll answer your questions. Please, just promise that you won't hurt anyone. Of course, dear. I don't want to hurt anyone that's being cooperative. Gordas. Hey, look at me. It'll be alright. Now, tell me about the Vault of the Traveler. The Vault of the Traveler teleports all over the universe, only staying in one spot for a few minutes before blinking away. But, once I have my last piece, the beacon that's up on Helios, I can summon the Vault and hold it here. Then, you, collect treasure, or something. What does the beacon look like? I... I don't know. But, I'll know that when I see it. That's what happened with the last piece. That's what's yours. Well, that's some exciting news. Thank you, Gordas. You're... You're welcome. Can I get away from you now? Of course. I don't want to get away from you. Yes. Look at you, Fiona. Just so angry. Is this about Athena? You're feeling guilty. Leave her alone! You can't blame yourself. Athena made her own bed. Where did they take Athena? It seems Lilith and the Crimson Raiders have some... questions for her. For what? Your friend has a long list of heinous things she has to answer for. Enough of that, Athena. Let's talk about what you and your friends... Hey! Hey, what are you doing with him? There's no need for guns. I've come to strike an accord. A what? What are the terms? It's... rather simple, really. I turn over this Hyperion number, Cruncher, and you allow me to return to my work unharmed. I knew we couldn't trust you. That's all you want? Yes. I just... wish to be left alone. I don't understand. What did Vaughn ever do to you? Seeing as I saved his life, cured his paralysis, allowing me some peace is the least he can do for me. You've got a deal. Alright, alright! Then I shall make my leave. I will remember this. I suspected you would. Vaughn! You alright? Ah... I've been better. Now listen up. Under normal circumstances, your rotting corpses would already be getting torn apart by skags right now. But these are not normal circumstances. And with that last piece being on Helios, I can't think of a better crew than a pair of Pandoran con-artists and a Hyperion stooge to figure out a waiting. Get it for me. What do you say? And I'll give you a hint. The only right answer is yes! Yeah, okay, we'll get you the peace. Well, that's just lovely. And here I thought I was gonna have to stab someone. Oh great, getting dragged away some more. What? 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 Can we Athena retten? I'm telling you, it's not possible. We can't do this. That's not an option. Neither is getting ourselves killed. One way or another, we're gonna figure out how to pull this off. Okay, let's start with how we're gonna get there. Well... Hey, come on, come on. This isn't the first time we've had to get created, okay? Thank you. All right, guys, it boils down to this. Somehow we've gotta get to Helios, infiltrate Hyperion, and steal Gordus's bull beacon, sir. That was breakfast. I love my influencer. Without getting ourselves killed. No shit, moron. I just said that like 30 seconds ago. Everyone knows what we have to do. We're just trying to figure out how to do it. Okay, okay. If you stop being so negative, maybe we can make some progress. How's your tum tum there, buddy? That'll teach you to hit the taco truck. Wow, you got the magic, kid. They should bottle the stuff. Call it weak sauce. And that's why we have to drill down on every aspect of the mission. I hope you help me, but your constant shit-talking isn't helping anybody. Oh, Reesey, you see, you're just so sadly mistaken. It's helping me pass the time inside your stupid little tiny wallet head. The reality is that we don't have a choice. Wallet head. I like that. Wallet head and wallet head. That's good stuff. All right, I know we've had our differences, and I'll admit I can get pretty grouchy when I don't get my own way. Fine, fine. What's your solution? To maximize our chances, I'm ready to bury the hatchet. I don't know, but I know we have to do this one more time. It's a metaphorical hatchet, especially because I know I don't really have any hands right now. Oh, she's a real bitch, I tell you what. I know you love hearing yourself jammer on, but just spit it out, will ya? Whoa, whoa, whoa. Do I seriously talk too much? Reese? I'm sorry, man. No one's ever told me the truth before. Thank you. Thanks for your honesty. I really appreciate it, man. You're welcome. What I'm saying is this, I got your beacon somewhere in my office. Get in there, and it's mission accomplished, baby. I just don't see how we're gonna do this. You don't get that beacon. You're all as good as dead. You're not helping. Oh, great. Captain Obvious wants to speak. I believe I have some information that is relevant to your interests. The beacon is in Handsome Jack's office. You pulled that out of your ass. Well, check it out, smart guy. Run it by Gordas. Fine. I'll get in. Hey, put the little robot on. Listen, you got access to a map of Helios? Yeah, I do. See if you can focus your scan for the beacon in Handsome Jack's old office. Beacon detected! We got a winner! I'm sending Reese to locations right now. Let's see what we have here. Enhance? They're shitting me. I wouldn't know how. That whole sector must be crawling with guards. Hey, give me one reason why you think we could possibly break in. Help! How many people you got to kill to get an office like that? I get that you're scared. Hey, I am too, but working together, I think we have a shot. Great! Sign me up. I don't know how we're gonna get through this. Teamwork. That's how. Then you better have a damn good plan. Oh. It's killer. Behold! Helios! Okay. Now how do we get there? Oh, well, Helios is in space, so we need a... spaceship. Obviously. Well, we don't exactly have one lying around. Hey, what about Scooter? He said we could call him anytime. Well, you got yourself a rocket man, Miss! Oh, god. Einfach mittendrin. Wieder Quicktime-Events. Das könnt ihr doch nicht machen, alter. Come on! Damn it! I'll tell Yvette we've arrived. She'll help us. Why not call her now? Nevertheless, she knows, the safer she is. Yvette, we're back. Awesome, Reese. You're a hero. I'll tell the Guards to let you through. At ease, soldier. Mhm. Als würde das... ... würde das so stattfinden, ne? Ist da wieder nur so wunschdeckend von ihm. Dieses E-Kli-Eventschen. Dieses E-Kli-Eventschen. Fiona, you'll take Sasha and Gordy's and go to the pub. Dieses E-Eventschen. Now, up on Helios, Jack's Office is a museum. High-lo-ground. Not even Vasquez had access. Looks like the only sure access is the VIP tour. You need your new tour guides. From there, we'll get into Jack's office, where I'll... Hang on. You'll need me for that, obviously. Once inside, Gordys will ID the piece. Wow! This place is huge! This way, please! And to the victors go the spoils. Told ya. Killer plan. Wait a minute. How are you gonna pull any of this off? Hyperion wants you dead. Then I better go as someone else. And for the grand finale... Oh, did you stroke to Vasquez? This quest check is awkward. But Hyperion's gonna want proof that Rhys is dead. We'll use Vasquez's body. They'll never know the difference. This could actually maybe work. So, I guess all that's left is pitching the plan to Valerie. She'll go for it. And getting me to Old Haven. And I'll go to Scooters. Was hat man in der letzten Episode erfahren? Hm? So, how did you figure out the pieces in Jack's office? Don't tell them, Princess! They'll sabotage the whole frickin' mission! It just... came out of nowhere. Don't do it! You'll only make things way worse. Okay Team, um... Prepare to have your minds blown. Handsome Jack is in my head. God damnit! Did you just allow me to explain? Okay. When I plugged Nakayama's ID drive into my head port, I kind of accidentally upload an AI version of Jack into my brain. But it's cool. It's cool. I've got everything under control. Had ich das denen schon gesagt gehabt? What? You had that murdering son of a bitch in your head all this time and you didn't tell us? You asshole. And we thought August was a prick. Okay. If Jack's really in there, I wanna talk to him. You know, just give him a piece of my mind. Yeah, that's not happened. But he'll only talk to me... Oh, how convenient! Well, that went over well. Even your oddly ripped moron's sidekick took it better. Anyway, you know how it goes. Ach so, wir hatten das ja nur Worn gesagt. I just made that up. It's clever. So wait. When you fell off that balcony back there, that was Jack? And here I thought of you as a friend. Hey! I'm not one to say I told you so, but uh... I told you so. Ähm... I've got to get that... I understand how I feel. Have fun cleaning up your mess! You have every right to be angry. Okay, I would be too. I should splatter you all over this fan. I should have told you earlier, I get it. That you're Hyperion scum? Let's just say for argument's sake, that you didn't mean to be a lying scumbag and that you understand that you should have shared what is an incredibly vital piece of information. So far so good. I guess. Even if we could somehow trust you again, how can we trust Jack? No more lies. You need to level with us from here on out. That's not making me feel better. Oh, Robert. So schnell konnte ich doch gar nicht auswählen. I don't care if you feel better. Okay. Valerie signed up on the plan. Reese is going with Vince and Kroger. The rest of us are off the hollow point to get this thing spacey. Let's get to work. Auf jeden Fall habe ich das nicht mitbekommen, dass August der Sohn von Valerie ist in der letzten Episode. Ich habe einfach nur gestern Handlanger von ihr. Ich bin verpallert. I will miss you. Awwwww Just hurry up. I don't like being alone with this thing. Oh! But I like you so much! No! Das will series. Hey. Have you got a plan for what you say to Scooter? Because he screwed him out of a lot of money for those caravan repairers. He could be angry. Warum sollte er denn böse sein? Wir sind einfach mal ehrlich. Wie geht es mit den Räsen? Ich weiß, du sicher bist guter. Wait, nein. Ich glaube, du bist ein Fastwoman oder... Oh, shoot. Scooter! Great zu sehen. Just ein absoluter Pleasure. Every time ich sehe deine Gesichter, just... Go on. Na, du musst du weitergehen. Ich weiß, meine Gesichter ist wie ein Pfeiliger als ein Pfeiliger das jemand ein paar Mal mit einem Tire Iron-Teller-Pops. Aber es ist gut zu sehen, du bist. Was kann ich dich für? Eigentlich wollte ich die Wahrheit sagen. Ja, genau, wir machen sie. Genau, auf dem Schwarzmarkt kaufen. Ja, aber ich habe nicht gesagt, ich sage, ich werde die Wahrheit sagen. Wenn ich gesagt habe, dass es nur ein Problem gab, ich meine, dass es nur zwei gab. Denn, guck, ich weiß, ich weiß viel über Autos und ich weiß viel über Autos. Aber Räsen sind direkt aus meiner Sicht. Mein Geschäftspartner kennt Räsen, wie du, wie du glaubst. Aber sie ist, äh... Sie ist ein bisschen aus der Sorte. Jenny Springs hat... Oh, das ist die feste Freundin. Schieße. Schieße. Ja, wir waren da, wenn es passiert. Fiona war die letzte mit ihr. Dann, ich weiß, ich weiß, vielleicht kannst du mit Jenny falarst und wissen, was was was? Set sie mir her mind auf der Ehe, wenn du kannst. Schieße. Schieße. Ja. Sie spricht über dich ein viel. Sure, sie hat. Sie lief zu mir. Sie sagte sie war auf einen Delivery-Rund. Ich wirklich wollte sie glauben. Ich habe sie. Aber sie hat sich vergessen, dass sie die Echoes auf die letzte Zeit wir gesprochen haben. Oh. Oh, der Mensch. Ich wusste deine Sprache, wenn du kam in. Du war mit ihr mit ihr. Die Echoes ging weg, nachdem die Krieg begonnen hat. Ich konnte... Was, was sie gemacht hat? Warum hat sie lief zu mir? Ich muss wissen. Ich weiß, dass sie nicht auf einem Delivery-Rund. Warum hat sie lief zu mir? Warum hat sie weggebracht? Sie hat uns zu retten, von Valerie. Es ist... Es ist meine Schuld. Wenn sie mich nicht versucht, mich sicher zu halten, sie nie hätten sie auf sie bekommen. Oh. Du bist mir angregen? Ja, ja. Aber danke für mich zu erzählen. Also, was hat sie mit ihr, genau? Ich habe nie gesehen, Athena zu verlieren. Wie hat sie getrennt? So lange sie hat diese Schild. Ich habe nie gesehen, dass jemand so viel, wie eine Finger auf sie legen. Sie hat meine Leben saved. Valerie threw zwei Vault Hunters und ihre ganze Gang an Athena, aber sie hat sie weggebracht. Sie hat sie nur zurückgebracht, um sie zu verhindern, mich zu töten. Ich weiß nicht. Ihr Freund ist ein Hero. Ich weiß. Das ist ziemlich wunderschön. Ich habe die Sprache. Diese Frau, die wollen wir uns für eine Rocket für sie? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, ob ich die Fahrzeuge habe. Ich weiß nicht. Komm schon! Ich möchte noch eine letzte Sache wissen, und dann werde ich über die Rocket. Hat sie... ... gesagt etwas über mich? ... bevor sie sie hat. Wie sie acted... ... ich weiß nicht, ob sie mich lieben. Sie hat mir gesagt, dass sie mich lieben. Sie sagt, sie lieben Sie. Sie lieben Sie? Ich... ... 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 Wow, wow, young lady, you are going to have yourself a rocket, and once I'm done building it, I'm going to grab every gun I can carry, I'm going to drive out of here, I'm going to rescue my girlfriend, and I'm going to marry the piss out of her. Das ist Jobzi. Aber ich kann Lungen haben. Scheiße. Eigentlich war meine Absicht, dass es wirklich zu gefährlich ist und wir ihn ja eh schon die ganze Zeit verarschen. Das war's. While Fiona was talking her way into a rocket caravan, I was going to meet up with Wallethead. Fortunately, I had company. I, uh, should have said this earlier. I'm just glad Fiona agreed to help Valerie. That was starting to get scary. Scarier. I mean, it was already scary. I'm not sure how I feel about you going to Helios without me. I think I'm kind of glad. I don't know if I want to get tempted to stay. But then again, it'd be nice to see some people. And Yvette, especially. To hell with Helios. Ooh, Helios. Yeah, she'll just have said Helios. Hm, missed one there. Look, Vaughn. Hyperion never gave a damn about this. You aren't missing anything. Yeah. Yeah, you're probably right. Look, man. You're handling yourself in ways that I would have never expected. Jumping on Valerie's back like that. That was pretty epic, wasn't it? Totally. Oh, no. Nee, lieber mal die Füße stöhnen. Hey, we've seen what Pandora does to Helios. So just play hostage until we get back. You're right. Better to play it safe. And we will come back. I know. Every Entscheidung, die ich treffe, ne? Da ich immer Angst, dass es total in die Hose geht. Okay, das ist total in die Hose geht. Broknie. Broknie? Zurecht, es kann nämlich immer alles in die Hose gehen. Ja, glaube ich, mich auch. Okay, hier ist es, wie es geht. Okay, ich muss jetzt erst mal Vasquez suchen. Der lebt ja immer noch. Okay, hier sind irgendwelche Viecher. Schattenhafte Silhouetten, gruselig, ja. Skeks, ja. Laufen, ja. Okay. Keimes Atlas, Kommunikationsmodul. Hersteller, örtlicher Künstler. Übertragungsgeschwindigkeit 56 Kbps. Geil, Status, ganz, ganz kaputt. Stromparteile, Hersteller Atlas, Modell der Zeus Kilowatt. Status nicht mehr zu reparieren. Dieser Partei wurde niemals angeschlossen. Ein Hinweis auf Pläne für eine geheime zukünftige Erweiterung der Atlas-Einrichtung. Ja, was könnte sein? Okay. Geht doch nicht so nah ran. Wir können mit dem sprechen. My office. Okay, dark interior, check. Planetary view, huh? Out the window, check. A chair so soft, it could only be made out of supple kitten flesh. Check. If you're a good boy, maybe I'll even let you sit in there. Maybe. Okay. Okay. Leiche. Spezies, Humanoid, Charakteristika, coole Haare, dämliche Augenbrauen, fetter Hinterkopf, Dabschädelsyndrom. Wow. Wow. You see? I told you so. Wallet head. All right, wallet head. Time to show your face back on Helios. Face! Face, his face has no face. Oh, you better hope a psycho didn't use it for a skin pizza. A skin pill. Oh, God. Oh, what were the pepperonis? A skin pill. Oh, you clearly haven't been on Pandora long enough, compadre. Okay. Eww. Let's find Vasquez's face. And get out of here. You're the boss. Eww. Alright. Look, Reese. What happened between you and me? That's in the past. Okay? It's almost like it never happened. Let's just drop it. Okay? So we can focus on finding the face. Okie dokie. Nein! Du hast einen Augenblick auf deine Freunde während der Helios-Mission. Unlike, wie du nicht einen Augenblick auf den Tripwire hast. Oh, was? Das ist passiert. Ich glaube, das ist fair. In all this mess. That's what an echo eyes for, genius. Scan the faces from a nice stab free distance. Unless you want to get up close and physical with some new Psycho-Pals. Okay. Was ist das? Gesichtsritual der Psychos. Medium Blut. Qualität Kunststudent. Öffentliche Universität. Dieses Blutgemälde stellt das Gesichtsritual der Psychos dar. Das umgangssprachlich als Hautpizza bekannt ist. Bewundernswert ist die surrealistische Darstellung der Psychos, die ihr neues Gesicht feiern. Öhhh. Scanning. Scanning. Schlaf. Schlaf. Schlafender Psycho. Betttyp. Platter Reifen. Komfortindex. Schreckliche Rückenschmerzen. Wahrscheinlichkeit für Albträume 11 und 10. Kaum bekannte Tatsache. Die Albträume der Psychos handeln von Hundewelpen und freundlichen Umarmungen. Für sie ist das allerdings furchteinflößend. Okay. You and me, Pumpkin. Let's rock this walk. Hä? Wow. This place is scaring me and I'm a frickin' hologram. Was ist das? Knochenhaufen. Tier ist Gag oder Mensch. Frische Grad verwest. Kotzometer sehr sehr hoch. Jene mit sensibel Magen sollten ihren Blick abwenden. Damit bist du gemeint. Okay. Dösende Psycho. Rem-Phase. Endend. Wachheit. Fast-Protokoll. Oh mein Gott, bitte sei leise. Hinweis. Pssst. Dösende Psycho. Rem-Phase. Endend. Wachheit. Fast-Protokoll. Oh mein Gott, bitte sei leise. Pssst. Schlummernder Psycho. Typenigerchen. Träumt von Kätzchen. Status Schnurrt. Wenn du keine Katze bist, geh diesem Psyko unbedingt aus dem Weg. Ehrlich gesagt weiche ihm auch aus, wenn du eine Katze bist. Psykos umarmen Katzen so fest, dass ihre kleinen Köpfchen platzen. Ich möchte das nicht. Ich bin vorbeigegangen. Ich bin vorbeigelaufen. Düsste alles. Ich bin vorbeigelaufen. Düsste alles ganz gut zeigen. Düsste alles gerne verscheint. Adam expectations von der Kanz иск,트�menschen hochzunterschied показыв. Dann klang jetzt beim capsptischen Verlust die Kanz. Man kann so amürzigen nehmen denen. Okay, listen up, because I'm about to compliment you. No one ever became a leader without dirtying their hands. Oh, you're gonna get Hugo McSwoopy Hares face back? No problem. Kind of looks like my ex-girlfriend. I'd actually be okay with that. Ciao, Stacy. Zombrero ist einfach super krass aus. Nope. Well, this is a fun night. Der hat ja einen Knutschleck auf dem Gesicht. Shaggy McCorse-A-Lot, früher bekannt als Abstinenter Psycho, ursprünglich bekannt als Sprudel-Psycho. Dieser Psycho hatte möglicherweise 100 zu viel über den Durst. Er hat sich vielleicht ins Koma gesoffen, aber er kann dir immer noch das Rückgrat rausreißen. Ist das gut zu wissen? Da haben wir Vazquez. Ursprünglicher Besitzer Hugo Vazquez, neuer Besitzer Kicher. Dieses Gesicht gehört Parians ehemaligem Geschäftsführer-Direktor für Sicherheit und Propaganda. Eine starke Dehnung der Stirnhaut lässt auch einige Gesichtsliftings schließen. Das hier ist allerdings das letzte Lifting, das er je bekommen wird. Geh mir zurück zum Helios, Reis. Pretty, please. Mit strippern auf dem Kopf. Wir haben das. Geh mir zurück zum Helios, das ist eine schweizige Mug. Um, woher werde ich es tun? Kram es in deinem Schatz. Ich weiß nicht. Ich kann nicht schlafen sein, oder die Digistruck nicht funktionieren. Ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Dieses Geräusch dazu und da ist widerlich. Oh, gross. Smash my baby's face! Crunch its teeth! Run! You're the only one running, pal! I can fly! So, once I snatched that face pizza, gross, I sprinted out of Old Haven. Hundreds, no, thousands of psychos chased me. Oh, really? That many? Couldn't even count them all. You were too busy trying to save face. Okay, technically it was one psycho, but he had a bomb strapped to his chest that had the stopping power of like a thousands of... which could... So, one. One, yeah. Hey! Hey, you made it! And you're not even bleeding! Awesome! Psycho with chest bump. Boom! Did you say bomb, Psycho? Yeah. Where? There. Oh, nein! Hey, man. Don't think you're not helping with this. How about some plastic gloves? You know, just to keep it sanitary. No? Okay. Well, let's just all get diseases then. Uh-uh. What? Oh, I'm going to go. Okay, we're going to shop. Cool. So, what are you going to get, Sis? Wow. All right. Let's see what we're working with. Hey, you have a pricey option ain't too shabby. This is a Recycled Mitarbeiter in Hergeschäft. Let's say, kind of when you spend all of August's time. Right. Whatever. Just take something to do. Okay. I look like a stuck-up jerk. Meister. Yeah. Deine Augen werden es wagen, in deine Richtung zu sehen, auch wenn sie es wollen. Wenn du dieses Outfit trägst, es stinkt nach Macht und Erfolg. Das Macht und Erfolg Markenparfüm von Herperium wird noch auf Marktzulassung getestet. Boss. Perium Boss, dieses formelle Geschäftskleidung kennzeichnet dich als mächtig, unabhängig und positives Adjektiv hier einfügen. Du wirst zwischen deinen schlechten gekleiderten Kollegen herausstechen. Wie heißt es so schön? Zieh dich an, um zu beeindrucken und zieh dich aus, um befördert zu werden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beide mal. 750 haben wir. Und 500? Ja, komm. Phönix? Was brauchen wir denn? Phönix? Er hätte jetzt gesagt, Boss? Für da oben. Für da oben hätte ich gedacht, nehmen wir noch einen Boss. Weil das hilft uns ja nicht viel. Ja. So. So, kein Geld mehr? Whatever. Scooter. Du kippst wie ein Traum. Du bist gut da, Saj. Mach das schnell gestert. Äh, mit dem Restgeld. Ich habe ja nur noch 100 übrig gehabt. Damit können wir gar nichts holen. Huch, nicht schön. Das macht mir so, als wäre ich die Teile aus Mioern-Traum-Kremen-Kremen-Kremen. Komm, wir erschrecken sie. Not. Hey, ist dieses Disguise gonna work? Ich denke, du bist die Augen für dieses. Du und Vaughn sind die einzige Hyperion, die ich weiß. Du... Siehst du wie ein absoluter Corporate Schum. Ah, toll! Das war's für mich. Ja, das ist eine Mission accomplished. Eine Sache. Ich meine, dass ein Hyperion einfach nur die Attitüte ist, als die Kleine. So, äh... Put, put your nose up, wie du, äh... Tracking down a stench. Better? Perfect. Anyway, it's all yours. Thanks. Just gotta scan my... severed face here. Yeah. Have fun with that. Jetzt haben wir bestimmt kein Geld mehr für ihn, ne? Just get to the scan screen and... Please scan skin. Oh, there we go. Okay, skin scan. Oh, 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 oh. Much worse from this side. Ah, nee. Das kriegen wir automatisch. Cool. Ah, nee. Das kriegen wir automatisch. Cool. Selbst die Stimme? Selbst die Stimme? Geil. Selbst die Stimme? Er hat sich geändert. Ah. Oh, ich hab schon gedacht. Ich hätte ja generell nicht so viel Geld ausgegeben. Jetzt konnten wir uns die gute Kleidung kaufen. Für die Mädels auf jeden Fall. Und einen Arm für ihn. Neun Armen. Und Fiona hat auch einen neuen Hut. Also daher. Wichtig. Wichtig. Also das Geld hab ich aufgehoben für Klamotten. Oh Gott, epischer Auftritt. Oh Gott, epischer Auftritt. Das ist ein neues Ding hier draus. Aber echt, hey. Ich habe gedacht, er und Fiona. Nicht Sascha. Oh Gott, das wird mir bestimmt wieder geclaimt hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Yep Nein, nicht wirklich 11 Ja, ich werde es fern! Oh Mann, ich habe etwa 50 lindes, ich möchte sagen über Bult Thrust Scooter, warum der ganze Schiff schlägt? Nein, das ist einfach weil wir richtig hoch sind. Wie, ein bisschen schade hoch. Was? Wir werden es nach dem Limit. Okay, wir werden es aufhören. Und wenn wir das tun, du musst diese Puppe aufhören, du hörst? Ja, ja, ich höre. Du? Wie kannst du nichts hören? Ich habe gedrückt! Er hat gedrückt! We get out there and we handle these uncooperative rockets. Oh, right step three is us making out Wir gehen da jetzt einfach so raus ohne Schutzanzüge? Wir können einfach ohne Schutzkleidung raus? Seriously? Alright, you go that way towards the rocket and I'll take care of the other one. Listen, we ain't got much time. Be careful, Fee! Okay. Quick time events? That's right. Fee does it. Okay. Panisches Drücken? That's right. Easy does it. Oh, god. Oh, nein. No! What? Haha, when you press it, you gotta pull your arm out real quick cause it's gonna clamp down something fierce. You got me? Be careful. You're almost there. Left rocket's stable, Fiona! Alright, now pull the last to detach that sucker while we still can! Awesome! Now get your ass over to my side! Make it fast! So, so, so schiss, dass ich irgendwas falsch mache, ne? Der hat seine Hand eingesteckt. Oh, nein. Oh, nein! Can't do step two without step one, right? No! Guess my arms aren't quite as long as I thought. Oh, nein! Guys, that rocket's not critical. You gotta hurry. No compensating on this one. No, no, I can pull you out. Listen, there ain't nothing you can do that I ain't already tried, okay? What's going on out there? I don't know. Don't you worry. Fiona's got this. Hey. Hey. You gotta go over there. Pull that lamp. You gotta go over there. Pull this rocket loose. There's no time for anything else, you understand? Stop, okay? There's gotta be some other way out of this. No, there ain't. Even if there was, there's no time. This baby's gonna blow, okay? That is happening. And you can't be here when it does. Now don't you go feeling all sour for me, all right? People on Pandora will be talking about an old scooter for a long time. Can't think of a more epic way to go. You're a hero. You know that, right? I kinda am, huh? You are. Well. It feels good. Right rocket is way past critical guys. Well. Well, I'm... 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 But I find that much better. Ja, ich finde umarmt einfach besser. Was für ein Timing, Neon, was für ein Timing. Aber es geht auch darum, was Guter wollte. Ja, aber er hat mich... Für mich hat das sich umarmt besser angefühlt, als das Knutschen. Oh, das ist aber voll sad. Deswegen wollte ich ihn nicht mit dabei haben, weil ich mir sowas irgendwie schon gedacht habe. Also, was hast du jetzt gemacht? Ja, komm. Was haben wir gemacht? Wir erheben ihn am besten wie wir können. Launchen das auf dem Weg zurück ist nicht gut genug. Wir machen es jetzt. Wir machen es etwas Gutes. Das ist das Leid das wir können. Wir machen es heute im Weg zu sein. Ich weiß, was es ist, zu verlieren zu jemanden, die du interessiert bist. Das Schmerz ist, Scooter war der Beste von uns. Er verdient so viel besser. Er war definitiv einer der schönsten Leute, die ich auf Pandora kennengelernt habe. Aber das ist wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall, wir haben nicht viel Zeit, um zu schmerzen. Dinge wurden verrückt, als wir auf Helios landen.